Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogramm-Karten gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA-Generation-Check. Heute von FIFA 10 bis FIFA 20 mit David Vier, Leute. Guckt euch mal bitte an, was das für eine kranke Karte war, Alter. Junge, was war David Vier für ein kranker Spieler früher bei Valencia hier am Start, Alter. Junge, was ist das für eine Karte, Mann? Unnormal, Leute, unnormal, Leute. Leute, lasst gerne ein Like da, ist gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kochst uns abonnieren, Glocke, GNT, einschalten, macht die zwölf Likes voll. Ich hoffe es doch. Dann gibt es hier weitere Folgen von dieser Serie. Ich hoffe, ihr bochtet auch, Leute. Ich finde es richtig interessant. Deswegen, lasst ein Like da und bleibt bis zum Schluss dran. Es wird spannend, Leute. Ich sage es euch. Und schreibt jetzt in die Kommentare, welchen Spieler ihr beim nächsten Mal sehen wollt, Leute. Schreibt es gerne rein. Wir schauen mal, wer da rankommt, ne? Je nachdem, was ihr sehen wollt, gibt noch einige Schatz rein. Checkt gerne meinen Shop aus. Nice design. Schwarz, weiße Halt, T-Shirts, Pullover, Leute. Fertilorange, Blau, Rot und Grün in den vier Farben. Gehen abchecken. Kissen, Tasten, Torboll. Nice. Elide La Pona am Start, Leute. In der Handy am Start. Orange, Blau, Rot, Grün und Gertis. Autogrammkarte. Gibt es auch noch dazu. Checkt es gerne aus, Leute. Ich wusste echt gesagt gar nicht mehr, dass der bei... Obwohl, der war, glaube ich, nur bei Valencia, ne? Ich glaube, der war gar nicht irgendwie bei Barcelona und Real und so, würde man jetzt denken. Aber da war der, glaube ich, nie, Alter. Wir werden jetzt gleich schauen, wo der überall war. Also, FIFA 10, Leute. 89er, normale Karte. Ja. Dann, damals gab es das ja noch nicht mit den Informs, Team of the Seasons und so weiter. Die sahen halt alle gleich aus. Die Informs sozusagen sahen genauso aus wie die normale Karte. Hat dann 92er Upgrade, sagen wir jetzt einfach mal bekommen, weil ich nicht weiß, was dann war. Aber ich glaube, damals gab es generell nur Informs. Aber wie gesagt, sahen gleich aus. Und 93er Inform Upgrade, wie auch immer. Und die Karte war schon, Alter, richtig krass. 90 Tempo, 95 schießen, 89 Dribbling. Das ist ja 75 passend und 76 Kopfball. Also, schon stabil, Alter. Schon stabil. Gehen wir mal ins Jahr. FIFA 11, normale Karte von... Ah, doch, war doch bei Barcelona. Was erzähle ich da gerade? Da kann ich mich gar nicht mehr... Ohne Scheiß, kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Was ist der Typ bei Barcelona? What the fuck, Alter? Bin komplett lost gerade unterwegs. Da kann ich mich echt kaum noch dran erinnern. Was der bei Barcelona war? So, schon lange her. FIFA 11. Na gut. Naja, hätte man noch wissen können, Alter, ehrlich gesagt. Voll lost. 88er normale Karte bei Barcelona. Dann 89er Inform und 90er Inform. Sehr, sehr nice. 95 schießen einfach immer hier schon auch gehabt. Aber warum? Guck mal. Das macht irgendwie keinen Sinn. Digga. Diese Karte hat 87 Tempo. Die hat 88, okay. Gleicher Schuss. Passspiel ist schlechter. Ja, als hier. Dribbling ist ein besser. Defending ist schlechter um 4. und Kopfball ist um 9 Punkte schlechter. Aber im Endeffekt ist die Karte 1 Punkt besser. Alter, das war früher ganz komisch mit den Upgrades. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die da teilweise gemacht haben. Wirklich ganz, ganz komische Sachen, Alter. Ganz, ganz komische Sachen. Na gut, wir gehen ins Jahr FIFA 12, aber trotzdem heftige Karte hier. Ah, stimmt. Da war da sogar linker Flügel. Jetzt, wo ich die Barcelona-Karte auf dem linken Flügel wiedersehe, kann ich mich sogar wieder dran erinnern. Ich schwörs euch. Bei FIFA 12 habe ich angefangen zu schauen. Davor habe ich gar nicht nur Karrieremodus gespielt. Und hier habe ich dann angefangen, Ultimate Team zu schauen. Ab FIFA 13 selber dann Ultimate Team gespielt. Linker Flügel. 89 schießen, 85 passen. War halt immer so im mittleren 80er-Bereich vom Tempo. Ist schon stabil gewesen. Jetzt FIFA 13. Da muss ich mich eigentlich dran erinnern. Ja, stimmt. Der ist dann zu Aletico gewechselt. Stimmt. Der war bei Aletico dann am Ende. Stimmt. Das war der Verein, wo ich die ganze Zeit in Erinnerung habe, Leute. Das war die ganze Zeit der Verein. Ich war die ganze Zeit im Überlegen. Oder beziehungsweise bei welchem Verein habe ich David Villa in Erinnerung. Aber ich bin nicht auf Aletico gekommen. Deswegen. Ich habe ja gesagt am Anfang, nicht bei Barca und nicht bei Real. So. Ich bin nicht auf Aletico gekommen. Weil ich hatte den die ganze Zeit bei einem anderen Verein im Gedächtnis. So. Jetzt haben wir den rausgefunden. Den Verein. Nice. Hat hier nur eine 85er-Karte. Also drei Punkte Downgrade bekommen. Also hier ging es schon langsam los, dass er nicht mehr so Weltklasse war. Da waren wir nur noch zwei Jahre bei Barca. Dann ist er wie gesagt am Ende der Saison zu Aletico gewechselt. Hat dann hier die Transferkarte bekommen. Hat nur einen Inform über die Saison bekommen. Auch relativ langsam hier, ne. Da hat man den FIFA 13 eigentlich kaum gespielt, weil er einfach zu langsam war. Auch wenn er einen Barber-Schuss hatte. FIFA 14. What the fuck? Wo ist denn hier irgendwie gewechselt? Melbourne? Der ist schon hier nach Melbourne gewechselt. Ich meine das ist FIFA 14. Warte mal. Der ist jetzt glaube ich in diesem Jahr. Der ist jetzt 38 glaube ich, ne. Oder 39 sogar. Das ist jetzt sechs Jahre her. Okay. Der war ja auch schon 33 jetzt hier, ne. Also von daher. Oh gut. Kann man nachvollziehen, ja. 84 würde ich gerade sagen. 83er normale Karte. Bei Atletico Madrid. Dann gewechselt zu Melbourne. In Australien, Leute. Das wusste ich auch nicht mehr, dass er in Australien gespielt hat. Das wusste ich nicht mehr. Krass. Dann die World Cup Karte hat er noch bekommen. FIFA 14. War der überhaupt dabei? Der hat jetzt hier eine World Cup Karte bekommen. Ich weiß nicht, ob der im Endeffekt auch wirklich im Kader war. 2014. Das weiß ich nicht, Mann. Kann sein, dass er nicht im Kader war. Und ein Inform hat er bekommen bei Atletico Madrid. Wir fangen also. Also FIFA 10 ist eigentlich schon fast zu spät, ne. Schon fast zu spät, um die Entwicklung bei David V anzuschauen. Wenn man mal ehrlich ist. Weil FIFA 10 ist er halt auch schon, ist er zehn Jahre her. Wenn er jetzt 39, 38 ist, war er da halt auch schon 28, 29, ne. Ist schon fast zu spät, ey. Ohne Witz. Dann war er hier nur eine Saison bei Melbourne. 80er Rating nur noch. Und ist dann zu New York City gewechselt in der MLS. Da habe ich ihn auch wirklich die ganze Zeit, so seit den letzten Jahren, nur in Erinnerung. War da richtig lang, ne. Jetzt bis FIFA 20. Oder warte mal. Wohl kann sein, dass er jetzt bei FIFA 20, wenn wir gleich sehen, nochmal beim anderen Verein in der MLS war. Ich weiß jetzt nicht, ob er die ganze Zeit bei New York City geblieben ist. Dann eine 81er-Inform bekommen, 82er-Inform bekommen und sogar eine 87er-Team-of-the-Season bekommen, der sogar richtig gut eigentlich aussieht. 80 Schuss, 95 Tempo, 90 Dribbling, 75 Füße. Ist eigentlich voll stabil, ey. Könnte man sogar zocken, ne. Ohne Scheiß. Den könnte man sogar zocken, den David V. Fresche Karte, Alter. Muss man ihn mal lassen, Alter. Fresche, fresche, fresche Karte. FIFA 16, Leute. Da ist er immer noch bei New York City und auch ein Team-of-the-Season bekommen. Und Racket-Breaker. Boah, Alter, was ist... Alter. What the fuck, was ist für eine Karte, die Racket-Breaker-Karte? Was hat er für einen Racket gebraked damals? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht Tor-Rekord in der MLS oder so? Ich weiß nicht. Der wurde ja jetzt auch wieder gebrochen, ne. Von, ähm... Boah, wie heißt der Typ noch? Martinez, ne. Ich glaube, Martinez hält jetzt den Tor-Rekord. Ich glaube, mit 33 Toren oder so. Ah, nee, Quatsch. Der wurde ja wieder gebrochen von Carlos Vela. Carlos Vela hält den Rekord. Ich glaube, 33, 34 oder 35 oder 36 sogar irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall 80er normale Karte. 81 in Form bekommen 82 in Form. Dann wieder ein Trotz, der eigentlich auch stabil aussieht. Und die sieht richtig stabil aus, die Karte, Alter. Guckt es mal an. Kann man richtig, richtig heftig spielen. Ohne Witz. Richtig, richtig kranke Karte, Mann. Wir gehen weiter ins Jahr FIFA 17, Leute. Oh, der hat hier nochmal echt in der MLS Gas gegeben. Muss man wirklich sagen, ne. Ähm, mit 82 hat sogar noch ein Upgrade bekommen, Leute. Von 80 auf 82 hoch. Das ist jetzt FIFA 17, das ist drei Jahre her. Mit 35, 36 nur ein Upgrade zu bekommen. Stabil. Dann, äh, SBC Challenge hier, ne. 84, 86 in Form, 87 in Form. Auch stabile Werte. Dann die, boah, was war das, Alter? Boah, gute Frage. Was ist das für eine Karte gewesen, ey? Boah, Alter, ich hab nicht mal alle Karten in den Kopf, Leute. Sorry. Und dann wieder eine Team of the Season Card bekommen. Wenn man ehrlich ist, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher in der MLS ein Team of the Season zu bekommen. Aber trotzdem stabil und auch wieder eigentlich stabile Werte, ne. 88 Passspiel sogar, 82 physisch, ey. Stabile Karte, alles über 80. Außer, guck, Defending, ne, ist klar. Aber sonst stabil, Alter, ohne Witz. Stabil, stabil. FIFA 18 hat er auch wieder einen Trotz gehabt. Ne, hier hat er keinen Trotz gehabt. Das erste Jahr, wo er keinen Trotz hatte. 69 Tempo hier auch nur noch. Okay, da wurde das Jahr, wo er so richtig langsam wurde. Was hat er hier gehabt? 71, naja, gut, immerhin über 70. Ähm, dann hat er wieder eine World Cup-Karte bekommen in FIFA 18, Digga. Also, achso, ja gut. Ich glaube, wo, weiß ich nicht. Hat jeder Spieler von Spanien sozusagen dann automatisch und auch von Deutschland, Frankreich und so weiter eine World Cup-Karte bekommen? Im World Cup-Modus? Oder gab es da immer nur so, ich glaube, das gab es nicht alle. Ich glaube, es gab nur so die Top 30 oder so. Die Top 30 aus jeder Nation haben, glaube ich, eine World Cup-Karte bekommen. Ob die jetzt dabei waren oder nicht, ist eigentlich egal gewesen. Deswegen, die war 2018 nicht mehr dabei. Okay, äh, 84 Info bekommen und hier nochmal, äh, ne, International Man of the Match doch eigentlich, oder nicht? Aber wofür? Oder das normale Man of the... Wofür eine International Man of the Match? Keine Ahnung. Vier-Stände-Skills und fünf-Stände-Schwarer Fuß hatte der halt schon immer. Aber sehr geil, das ist 92 Tempo, 97 Schießen, 94 Dribbling. Alter, krank. Wirklich kranke Karte. FIFA 19, Leute. Da sah es dann so aus, 82er. Immer, der hat sich gehalten, ne, auf 82. Zwei... Ah, das stimmt. Dann ist er nochmal zu Wissl-Kobe gewechselt. Ach, stimmt. Der war zuletzt bei Wissl-Kobe. Ja, stimmt, Alter. Ähm, und dann hat er hier sogar nochmal eine Throwback-Karte bekommen, die auch stabil aussieht. Muss man ehrlich sagen. Sieht sehr, sehr nice aus. 88 Tempo, 93 Schießen, 89 Dribbling. Fresh mit Podolski, Iniesta, ähm, und... Ja, und er halt, ne? Die drei waren die bekannten Spieler bei Wissl-Kobe. Und FIFA 20 hat er ja dann jetzt aufgehört, ne? 79er normale Karte nur noch. Und das müsste dann hier die End-of-an-Era-Karte sein. Also diese SBC-Karte zum Karriere-Ende. Ähm, weil David Wier Karriere jetzt beendet hat mit 39. Also entweder 38 oder 39. Weiß nicht, eins von beiden. Kann man mal machen, oder? In dem Alter, Leute. Trotzdem nochmal eine stabile Karte jetzt zum Abschluss bekommen. Eigentlich schade. Lässt wieder, oder verlässt wieder ein sehr, sehr guter Spieler von früher, den Weltfußball. Aber so ist es halt, Leute, ne? Früher oder später muss man dann auch mal die Karriere beenden. Na, eine ganz entspannte Sache. Na gut, interessant aber trotzdem. Wie gesagt, eigentlich schon fast zu spät, dass wir im Jahr FIFA 10 angefangen haben. Aber naja, so ist es halt, Leute. Lass gerne ein Like da, Leute. Lass gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne cautionlos abonnieren, Leute. Glocke akkieren. Tüglich einschalten, ja? Schreibt gerne unten in die Kommentare, Leute, welche Spieler wir beim nächsten Mal machen sollen, ja? Dann schauen wir mal, wer beim nächsten Mal drankommt. Ich bin gespannt, Leute, ja? Wir haben ja nur einige ausstehen. Also, wenn ihr euch irgendjemanden wünscht, schreibt es gerne unten rein, Leute. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, shoppen aus, checken, dein eigenes Designs, schwarz-weiß, als T-Shirt, blau, rot und grün in den vier Farben. Checkt's aus. Kissen, Tassen, Torbeule. Nice. LED-Lampe haben wir am Start. Handyhüllen, orange, blau, rot und grün. Und... Geratis. Autogrammkarte gibt's auch noch zu, also gerne abchecken, wenn ihr Lust habt. Ich bin gespannt. Das war's. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Dank fürs Einschalten. Haut rein und... Ciao, zusammen.